Musik 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 Ja, außer sehen ist schon so einiges passiert. Der mit seinem Wind-Ding da, wo du in die Luft hochgehst. Ich weiß nicht, was ihr meint. Da, wo du unbedingt nochmal wechseln wolltest. Ja, wo du das testen wolltest, ob der Sniper blockiert wird oder du auswählst und dann nochmal auswählst. Ja, das war witzig, ne? Ach, war das witzig. Das war super witzig, ja. Das war richtig witzig. Das war toll. Da bist du so oft gestorben. Das war so witzig. Du hast auch gleich gelöscht. Oh, Peck. Da gab's kein Video schon. Sag ich auch. Nee, da gab's gar keine Aufnahmen zu. So, ich würd gern wieder unten lang gehen. Ich will zu Melli. Genau, und ich mach dann alleine, warte mal, ich geh dann alleine oben hin. Oh, du spielst Riki? Das ist so ein Arsch. Ohne Scheiß, Alter. Ja gut, dann musst du auch fahren kriegen. Ja, ja. Aber die Leute, also ohne Flux, die Teams, die Riki haben, haben jetzt eigentlich immer gewonnen. Also gegen die wir gespielt haben. Das war total übel. Ach ja, Melli, Steam startet sich gerade neu. Gerade kommen bei mir alle rein, die irgendwas spielen. Ja, bei mir auch. Siehste, deswegen konntest du ihn nicht ändern. Aber der Zweite im Gegnerteam, der ist auch so böse. Der hat mich auch schon so oft getötet. Das ist nicht der mit dem schwarzen Kreis? Der Zweite. Ja, der macht so einen roten Blutkreis. Ja, genau, der dann hier zusammenzieht. Oh, wir hätten das Spiel auch fast nicht. Der redet nicht mit dir, wa? Lavuk. Es muss zu früh auf Wortschrauben. So, jetzt guck ich. Hier bei Prognose kann ich doch nichts machen. Da kann ich mir ein Amulett der Weissagung kaufen. Und Worts. Jawohl, und jetzt drückst du auf den Wortschrauben mit Steuerung, klickst du drauf und packst dann bei mir eine Tasche, bei Riki. Wo bist denn du? Ja. Yeah. Ich stehe voll auf diese gemeinsamen Inhalte. Ich stehe auf dieses blutige Hut. Das finde ich voll gut. 30 Sekunden zu kämpfen. Aha. Aber ich hab noch einen. My Sparta Direction. Ja, hier ist das Budi gekauft. Achso, das ist auch im Lager. Ja, zwei. Warum kaufst du ja mal mit einmal kaufen und nimmst du zwei Worts. Und wo soll der zweite hin? Hier. Damit man in der Mitte sieht, ob die von unten kommen oder nicht. Ja, und die ruhen. Hauptsächlich. Da hast du mir gerade die Rune vor der Nase weggenommen. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Trine. Trine. Ja. Ich bin leichter. Äh. Kriegen wir nicht. Er kommt zu dir. Ich komme, ich komme, ich komme. Quick bra. Okay, Trine, du brauchst nicht mehr. Ja, weil. Mir kommen so näher Creeps, kommen die Creeps. Ja, gehe ich runter. Oh, siehst du, ich hab's doch gesagt, der geht bestimmt. Oh, jetzt ist der hier weg, ey. Soll ich bei dir bleiben? Nö. Oh, dann gehe ich jetzt wieder runter. Ich hab's halt an. Ich hab den Drawranger als Gegner, das ist cool. Ja, die ist auch mies, ne? Ja, aber gegen den Sniper zieht's den Kürzeren. Also, ich hab hier unten zwei Fernkämpfer. Naja, ich bin doch auch da. Da, nix wird angegriffen. Fängt ja schon gut an. Lauf, Melly. Ich laufe doch schon. Du kriegst voll auf den Sack, ey. Die laufen hier ein, aber auch echt hier unten extrem weit nach. Ja, die sind geil auf euch. Es gibt halt echt so Spieler, die sind nur auf dieses PvP und die legen dies an. Ja. Jeder kommt ja schon wieder. Ja, ja. Oh, scheiße, geil. Mein Problem ist doch gerade, dass es bei mir wieder gerade überstockt. Wenn die dann hier unten langlaufen und ich sehe die erst in dem Moment, wo die mich angreifen. Naja, wir ziehen dir, ähm, diesen Monat ein neues System drauf. Ja, darf ich vorstellen, das Niveau sinkt. Ja, darf ich vorstellen, das Niveau sinkt. Ja, Björn räumt da oben gut auf. Ja, das wird echt lustig. Ich hasse wirklich. Attack! My aim is truer than ever. Take this. Shrapnel. Snape hunt. Oho! Ha, ha! Gunpowdered justice. Yeah. Alter, bei mir kommt immer einer mit in die Mitte, ey. Das ist voll kacktisch. Kommen wir auch gleich mal zu dir. Er lässt uns zurückgehen. Haben wir sie noch? Glaube. Gut. Aber ich muss hier Kranz weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch drei Lebenspunkte. Hast du was? Hast du was, bist du was? Eine Tango. Ja, dann nimm die. Boah, die ganze Zeit ist MC Moody unterwegs, ey. Ja. Kann den mal einer... Oh, da kommt einer. Oh, da kommt einer. Was ist mit MC Moody? MC Moody soll mal fliegerig gemacht werden. Natürlich. Es ist nicht Zeit. Alter, du gehst ja schon wieder echt gut ab da oben. Aber mit Ricky darfst du überhaupt nicht sterben, ne? Der muss die ganze Zeit... Ja, kannst du aber... Wir haben jetzt schon fünf Kills. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, cool, ich bin schon wieder im Arsch. Oh, man. Guck mal, unser fünfter Mann hat sie ausgelockt. Kannst du ihn spielen. Er ist schon lange weg. Ja. Genau. Hm? Ah, bin ja schon wieder da. Guck mal, bitte. Hier läuft sie. Ja. Kann ich denn nicht blinken? Ich hab's gesehen gerade. Oh. Mhm. Ja, unser hier unten hat sie... Yes. Ja. Natürlich. Aber es sind drei hier oben, können wir einer hochkommen? Ja. Komm mal. Ja, komm mal. Hier lang. As you say. As you say. Dyer's Structures are fortified. Ich halte dich aber noch mal einen Rückzug anzutreten. Vorsicht, nicht noch anzutreten. Ja. Du warst da noch. Ja. Verschlägt. Ja. Aber ich glaub gar keinen töten oder was. Ok. Die Barsch! Die Barsch! Die Barsch! Die Barsch! Die Barsch! Die Barsch! Zurück in der Base! Ab Portal! Die Barsch! Wie noch bist du? Ich krieg mal den Sideshrop auf dem Portal? Ja, ich werd hier gerade angegriffen! Das wusste ich gar nicht! Kennen wir doch! Ja, ich sehs gerade! Ich hau ab! Ja! Jetzt gehen wir hinterherlaufen! Komm mal runter! Neun Minuten Diffusal Blade ist auch nicht schlecht! Ich hatte auch noch lange... Lange nicht mehr! Vorsicht! Ah! Nun wir uns! Da läuft der Schatten! Ich darf mich nicht bewegen, ne? Wenn ich so blute! Ehhh! Ehhh! Aaaaaah! Dich! Nein, gut! Ja, Björn macht das so'n bisschen im Alleingang hier. Ich habe Hilfe gehabt hier! Scheiße, ich krieg's von unten gerade. Geh ich jetzt mal kurz Mitte oder geht ein anderer Mitte? Wir holen jetzt erstmal hier den Tower, ich prob mich dann dahin. Yeah, Trina hat den Turm zerstört, halt dich fest. Ach, scheiße, jetzt hab ich keine Kohle. Du musst jetzt mal ein bisschen aufpassen, Millie, dass du hier nicht alleine rumläufst, weil sonst kommen sie hier aus der Seite raus und dann bist du schnell tot. Hier kommen auch gerade ein. Ehrlich. Und hol dir mal nicht Purman's Shield diesmal? Fast wieder. Nicht dieses Purman's Shield holen. Mal versuchen, Vengard zu holen. Machen wir jetzt einen Tower in der Mitte? Ja. Ah, hier Gegner. Ach, leck mich doch, ich darf gar keinen Namen. Haha. Bin ich, Carrie? Ja. Hinter mir. Von unten kommt gerade einer hoch durch. Hab ich gerade gesehen, grüner und der gelbe. Snape Hunt! I'm under attack! Oh Mann! Der hat nichts mehr, der Dwar Ranger. Wenn sein blöder Kumpel da nicht gekommen wär. Ja. Da wünsche ich mir auch, dass ich mich unsichtbar machen kann, weißt du? Kannst du doch ein Shadowblade holen. Stimmt, dann kann ich mich ja auch unsichtbar machen und weglaufen. Ja. Boah, jetzt kommt die Mitte. Das ist so bei Thono. Oh. Ich bin so abartig mit dem. Echt. Wie viel hast du denn schon? 14, Alter, was stimmt nicht mit dir? Deswegen hassen wir Ricky. Ich glaube, in dem Spiel wäre es egal mit welchen. Also mach uns nur so runter. Nee, die anderen, die sind echt schlecht. Ja, aber die haben uns auch gekillt. Dich nicht, aber uns. Ja, weil ich ja Invis gehen kann. Weil die halt auch noch so unwissend sind und nicht wissen, dass man gegen Ricky Sentry Wars und so einen Scheiß kaufen muss. Ja, später dann. Der Sven könnte es später tragen. Ah, da kommt noch einer von der Seite. Oh, 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 oh. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich gucke mir das heute in der... Sind alle noch tot? Ja, sind alle wieder da. Ich gucke mir das gerade alles ein bisschen mehr so von der Ersatzbank aus an. Warum sehen die mich? Los, Trainer, lass mich wieder rein. Warum sehen die mich? Oh, Mann. Vielleicht hat einer von denen... Trainer ist auch auf der Bank. ...ein Gem of Crusade. Haben die eins? Weiß ich nicht. Ich klicke gerade alle durch. Hier langlaufen. Der hat auf jeden Fall keinen. Jetzt kommen sie alle nach oben, Manny. Die kommt zu dir. Renn runter. Schnell zum Tower. Nee, bis jetzt noch nicht. Da haben sie einen Sentry Ward hingesteckt, hat aber auch keinen in der Tasche. Ich kaufe mir jetzt einen Gem. Dann sehe ich es ja, wo sie was stecken haben. Vielleicht auch die Warden, falls sie Wards gekauft haben, was ich nicht glaube. So, jetzt haben wir hier oben zwei Spastis. Komm hoch. Da, hol ich die Mitte. Können wir oben mal den Tower holen? Nein, 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 nein. Wartet, oh, warte noch. Manny, warte. Warum blinkt denn das nicht mehr, wenn ich drücke? Ach. Gut. Probably nur bei uns. Binks kommt auch was. Jetzt holen wir uns den Tower, ja? Ja, ja, ein paar Creeps sollten wir mitnehmen. Hey, warum drücken? Das gerade alle da spielen. Irgendwie schreibt meine Tastatur die ganze Zeit B. Wir haben bestimmt keinen Bock wegen Riku. Yes? Aber jetzt sind die beiden, die noch da sind, sind hier unten noch. Nee, nee. Da will ich nicht alleine hin. Ja, hau doch ab. Fuck, ich mach schnell hin. Töten, töten. Your bottom tower is under attack. Ja, mit Riki musst du die ganze Zeit auf Haley gehen, ne? Tja, wenn die... Ja, ja, komm, die sind eh alle weg. Dann können wir das Spiel schnell zählen. Nee, nee, nee. Go, Ty, lad. Your bottom tower is under attack. Oh, jetzt ist auch noch der nächste raus. Jetzt ist noch einer da. Wenn das jetzt auch so Anfänger sind. Alex? Alex? Nicht bewegen. Nicht bewegen. Oh, du bist ein Arf. Ja. Bewegen oder nicht. Hinter mir war der Tower. Verliebt hast du mich. Hab ich. Snipen. So bin ich. Ich finde es immer so assi, dass Leute vorzeitig aus dem Spiel gehen. Ja gut, aber da hätte ich jetzt auch keinen Bock. Die haben wir eh keine Chance mehr. Das wäre einfach nur Zeitverschwendung. Gunpowder justice. Mrs. Tell this is. Ja, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Higher caliber! Du hast noch Platz, ne? Ich hab einen. Aber guck mal, es sind jetzt alle raus, müsste dann das Spiel jetzt nicht eh abgebrochen werden. Ja, es ist vielleicht vorbei. Also wenn die 3 Minuten vorbei sind, müssen wir da reinkommen. Oder 5, keine Ahnung. Alte Scheiße. Das ist ein anderes Spiel, ne? Mit Björn zusammen. Das ist ekelhaft. Also ich würd sehr kotzen, wenn ich im anderen Team wär. Aber so könntest du auch am besten lernen, ne? Weil ihr mehr Freiheiten habt. Oh, guck mal, ich hab sage und schreibe doch noch 5 Leute töten dürfen. Oh, zu kotzen. Guck mal, ich hab meine Quote für Spieler geschafft im Grunde. Scheiße. Fünfmal hab ich gehofft. Ah, hier, ich darf Melli bewerten. Ah, 1 Stern, 2, 3. Alex, ich darf dich auch bewerten. Ja, 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 ich hab 5 gemacht, alles cool. Joa, schnelle Runde Dota. Alex, ich darf dich auch bewerten. Ja, 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 ich hab 5 gemacht, alles cool. Joa, schnelle Runde Dota. Joa, schnelle Runde Dota. Ja. Ja.